So und hallo und herzlich willkommen zurück zu RILD. Let's play the bus. Ja, heute befinden wir uns noch mal wieder in der Berlin-Karte und heute fahren wir mit der Krim-Linie 235 von Baschorstraße. Na, Pillebinder Süd, glaube ich. Hab vergessen. Egal. So, dann würde ich sagen, mache ich mal den Bus bereit und ziehe mein Lenkrad mal an. So, Elektronik wird gestartet. Worte mache ich auch gleich mal. So jetzt. So. So. Einstein, bitte. Äh, okay. Ich dachte schon, nach Ostbahnhof. So. Dann würde ich sagen, mache ich mal die Tür zu. Dann halte ich da reinlegen. Und gleich geht's los. Dann halte ich mal. Und jetzt. Ich habe es für euch da. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Hi Guten Morgen 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 يا Gott Und schon gleich um den Berufsverkehr. Geht's mal da vorne aber voran. Ihr habt doch Vorfahrt. Hier. Mit einem schönen Tag? Komm сюда! Mit einer lieben hago die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020